Und jetzt stelle ich euch ein paar unserer Fächer und ihre Räume vor. Hier findet das Fach NWT statt, also Naturwissenschaft und Technik. Hier sind wir im IMP-Raum, also Informatik, Mathematik und Physik. Und hier sind wir in unserer Sporthalle. Das Fach NWT statt, also Naturwissenschaft und Technik. Hier findet das Fach NWT statt. Das Fach NWT stattfindet das Fach NWT stattfindet das Fach NWT stattfindet. Und hier ist es ein Fach NWT stattfindet das Fach NWT stattfindet.